Was Schuhkartons mit Online-Wörterbüchern zu tun haben? Kaum vorstellbar, aber so waren vor vielen Jahrzehnten unsere ersten Wörterbücher organisiert. Viele tausende einzelner Karteikarten, Kisten voll, Stapel hoch, Gänge breit, Regal tief. Und nach so viel Arbeit konnten wir nicht anders, als sie in wunderschöne, gebundene Wörterbücher zu binden. Bis heute gibt es bei uns dicke, dünne, große und kleine Wörterbücher für die Schule, die Reise und den Beruf. Jeder einzelne Eintrag, sorgfältig zusammengestellt und redaktionell geprüft. Puh! Und dann kam es, dieses Internet. Und mit ihm die Möglichkeit, unser geballtes Wissen frei zugänglich zu machen. Das PONS Online-Wörterbuch war geboren. Kostenlos. Für mehr als 20 Sprachen und mit einem riesigen Wortschatz von über 16 Millionen Wörtern und Ausdrücken. Nur für dich. Weil uns Sprachen wichtig sind, geben wir uns damit aber noch lange nicht zufrieden. Nein, wir wollen dir zeigen, wie die vielen Millionen Wörter und Ausdrücke in unseren Wörterbüchern wirklich verwendet werden. Fast jeder Satz ist schon einmal übersetzt worden. Und wir zeigen dir, wie. Aus mehreren Milliarden Beispielsätzen aus dem gesamten Internet haben wir deshalb die besten Übersetzungen für dich herausgesucht und zusammengetragen. Auf den Punkt gebracht? Mit dem Online-Wörterbuch von PONS findest du immer eine gelungene Übersetzung und triffst den richtigen Ton. Lerne so, wie ein Muttersprachler zu schreiben und zu sprechen und dir liegt die Welt zu Füßen. Gern geschehen! PONS PONS